Jetzt haben wir hier noch gespottet den T-54E1, der ja in Magazin geschützt fährt und ja, der könnte natürlich auch richtig eklig werden, aber der fährt wahrscheinlich relativ blind hier durch den Wald und weiß nicht mal von was er jetzt alles getroffen wurde und geht somit down. Der Jagdpanzer E-100 wird oder einer davon wird jetzt auch gespottet, der ist allerdings sehr schwierig zu penetrieren. Hallo und herzlich willkommen zurück zu World of Tanks Replays hier auf dem Pixelheldenkanal und wie versprochen beim letzten Replay haben wir nochmal ein Replay eingeschickt bekommen von unserem Hauptmann Voss und diesmal mit dem Leopard 1. Ja, mein Lieblingspanzer wie viele wissen und deswegen freue ich mich unsgemein auf dieses Replay, bin mal gespannt was wir zu sehen kriegen. Wir spielen hier auf Kempernovka oder wie es eigentlich heißt Malinovka. Ja, unser Hauptmann Voss ist wieder mal nicht alleine unterwegs, diesmal hat er der bekannte Buddy Holy mit dabei mit seinem T-57 Heavy Tank und das gute Bier ist auch wieder da, der Reap Duke oder wie eben richtig ausgesprochen Good Beer, wenn man es falsch rumliest, also gutes Bier mit dem E-50M. Ja, der Vollständigkeit halber natürlich noch die ganzen anderen Top-Tiers in seinem Team ist noch einmal der E-100, der T-110 E-5 dabei, auf der gegenüberliegenden Seite haben wir einmal der E-7, auch eine Leopard 1, zweimal der Jagdpanzer auf E-100 bzw. E-100 und der Waffenträger auf E-100. Und da gibt es natürlich noch, wie kann es anders sein, noch Selbstfahrer-Fetten hier in diesem Spiel und zwar auf seiner Seite ein M-53 M-55 und auf der gegenüberliegenden Seite ein FV-3805, eine britische Selbstfahrer-Fette. So, ja, bei diesem, was soll man hier dazu sagen, schonmal vorweg, oder zum Leopard, Leopard ist so eine Mischung, sag ich mal, ich würde es beschreiben als leichter Medium Tank, also so ein Hybrid aus einem leichten Panzer und aus einem Medium, ich meine so leicht ist er nicht, aber es ist halt ziemlich leicht zu durchdringen, weil die Panzerung so gut wie gar nicht vorhanden ist. Hat aber allerdings eine sehr, sehr starke Gun und, ähm, ja, das macht ihn auch, denke ich, so stark. Äh, ja, und dann gucken wir uns das Ganze einfach mal an, wie das Ganze so läuft. Er hat hier jetzt einen Wirkungstreffer gemacht, das heißt, er wird den gegnerischen Leo auch irgendwie gekettet oder sowas vielleicht haben oder vielleicht auch noch einen Schaden gemacht, jetzt ziehen wir hier noch eine gegnerische E-7, kommt aber allerdings nicht durch, ist auch sehr schwierig, äh, die, beziehungsweise der E-7 zu penetrieren, wobei jetzt hier unten vielleicht in die Wanne rein, ah, jetzt ist zu angeschrägt zeitlich, jawohl, da kommt er durch. Muss auch sagen, der Leopard 1 hat eine sehr, sehr genaue Gun, ähm, mit 0,3 Genauigkeit, glaube ich, die, mit dem E-50M, die zweitgenauste Gun im, äh, Spiel, oder im, ja, im, ja, im Tier-10-Bereich, im Spiel auch. Ähm, nur der Waffenträger auf E-100 mit, äh, 0,29 hat der genauere Gun. Allerdings, äh, ja, das heißt, reicht das 0,3 auf jeden Fall aus. So, ja, sein Team hat schon mächtig auf den Sack gekriegt, zumindest was die ganzen Tier-8 und Scouts angeht, da sind schon welche gefallen, steht 1 zu 5. Und ich bin auf jeden Fall mal gespannt, wie das Ganze weiterhin läuft. Er steht jetzt hier oben bei der Mühle, konnte er ja auch relativ schnell hochfahren mit dem Leo und deswegen kann er jetzt hier auch schön von der Entfernung ein bisschen snipern, ähm, was meiner Meinung nach auch die beste Aufgabe ist für den Leopard 1, so ein bisschen ihn als Sniper-Tank zu spielen. Vorteil wiederum auch, dadurch, dass er sehr mobil ist, kann man schnell auch den Spot wechseln, das heißt, ähm, man kann auch schnell mal die Flanke wechseln, wenn es dann im Match mehrere Flanken oder sowas gibt. Und somit kann man ihn halt, ja, finde ich, als Sniper nutzen, aber halt auch auf allen Seiten. So, den Furdy kann er wegnehmen, ist schon der zweite Kill, der Amix 50-100, hat er ja auch schon ausgeschaltet, hat schon 1.668 Damage gemacht. Das ist natürlich noch nicht kein Top-Wert hier auf dem Tier-10-Bereich, aber das Match ist ja auch noch lange nicht vorbei. So, das gute Bier befindet sich hier vorne am See, versucht was zu spotten und der gute Buddy-Holy ist hier mit ihm hier oben, mit unserem Hauptmann Voss. So, 5 zu 7 steht es aktuell, die Gegner haben bis jetzt, äh, einmal ein E7 verloren und auf dieser Seite haben wir gerade unser gutes Bier verloren mit dem E50M. So, jetzt wechselt hier mal unser Hauptmann schnell, ja, die Lage. Das ist ja auch das eben angesprochen, das kann man mit dem Leopard sehr gut machen. Und dann gucke ich mal, oder gucken wir mal, was er hier so kriegt. Ja, den Waffenträger kann er nicht treffen, der ist außerhalb dieser 500-Meter, diesem 500-Meter-Bereich. Äh, unser Hauptmann muss trotzdem mal so einen Blindschuss zu setzen. Ob das allerdings klappt auf die Distanz, glaube ich weniger. So, ja, momentan 6 zu 8 steht es, es ist noch ausgeglichen, würde ich behaupten. Allerdings gefährlich sind auf jeden Fall diese beiden, Jagdpanzer E100 und natürlich auch der Waffenträger auf E100. Sehr, sehr gefährlich. Können halt auf jeden Fall sehr viel Schaden machen, können richtig eklig werden. Jetzt haben wir hier noch gespottet den T-54E1, der hier in Magazin geschützt fährt. Und, äh, ja, der könnte natürlich auch richtig eklig werden, aber der fährt wahrscheinlich relativ blind hier durch den Wald und weiß nicht mal, von was er jetzt alles getroffen wurde und geht somit down. Der Jagdpanzer E100 wird, oder einer davon, wird jetzt auch gespottet. Der ist allerdings sehr schwierig zu penetrieren. Ähm, unser Hauptmann Woss macht jetzt eigentlich das Richtige und versucht hier unter dem Kettenglied irgendwie zu treffen. Und, äh, ja, der Jagdpanzer macht ihm sogar noch den Gefallen und dreht sogar noch mehr ab, dass er eigentlich eine große, fette Fläche bietet. Und somit ist es natürlich ein leichtes für den Leopard 1, den zu treffen. Und das nimmt er auch dankend an. Und, äh, tötet je nachdem auch noch das Munitionslager da mit und den Ladestütze und alle mit, was ja auch noch wunderbar toll wäre. So. Ja, jetzt hat er ihn gekettet. Jetzt haben wir noch den Waffenträger auf E100. Den kann er natürlich auch treffen. Immer schön in den Turm schießen. Da kommt man hundertprozentig durch. Und die kann er jetzt auch mächtig einheizen. Da die ja auch bei dem Cap stehen, können die auch weg. So, da haben wir noch rechts einen Jagdtiger, der ihn allerdings nicht spottet. Zumindest noch nicht. Jagdtiger hier, ja, getrauen. Hier wäre auch wichtig gewesen, in die untere Wanne zu schießen. Äh, unser Hauptmann Woss mittlerweile, Zwischenstand, schon fast 4000 Schaden gemacht. Den macht er jetzt vielleicht. Ne, er kettet nochmal den Jagdpanzer. Setzt aber auch das Capchen zurück. Was gut ist, im Rücken sieht er gerade ein Leopard 1 auftauchen, der ihm aber jetzt erstmal nicht gefährlich werden kann. Jetzt könnte er aber hier in die untere Wanne vom Jagdpanzer schießen. Kommt aber nicht durch, so wie hier der Kommandant sagt. Leider, leider, leider. So, ja, momentan steht es 8 zu 10. Also sie sind immer noch leicht im Hintertreffen. 9 zu 10 jetzt. Waffenträger auf E100 weg. Das ist schon mal ganz wichtig. Wichtig ist auch vor allem, dass der Gude... Der Gude Buddy Holly noch lebt. Der kann natürlich auch noch ein bisschen was reißen mit seinem T57 Heavy. So, Hauptmann Woss hat auch geschrieben, man soll auch dem WZ-132 Respekt zollen hier in der Match. Bei ihm im Team, der macht auch eine ganz, ganz gute Runde. Und das werden wir dann, glaube ich, auch nach dem Spiel nochmal sehen. Und, äh, ich bin jetzt auch gespannt. Jetzt schätzt 10 zu 10. Äh, ist relativ ausgeglichen noch, würde ich sagen. Also ist noch alles offen. Ähm, ein Jagdpanzer steht da noch da oben. Und den könnte er auf jeden Fall ausmanövrieren. Er muss nur aufpassen, dass er halt diesen Tausender-Schuss nicht abkriegt. Da bin ich jetzt mal auf jeden Fall gespannt. Von vorne ist es kritisch. Aber vielleicht kann er ihn jetzt umfahren. Er hat ihn zumindest mal gekettet. Und, das ist ja auch schon mal was wert. Aber die Holy holzt schon sein ganzes Magazin rein. Und unser Hauptmann kann schön in die Seite knallen. Während der M53, M55 Selbstfallerfette hier abschließt. Und das Ganze, ja, versenkt, wenn man so will. So, 5 Kills mittlerweile schon. 4.500 Schaden. Auf jeden Fall bis jetzt schon eine richtig schöne Runde. An dem her kann man nichts sagen. Wenn sie jetzt das Ding noch nach Hause fahren, wäre natürlich ultimativ gut. Und unser Buddy Holy ist hier leider gerade aus dem Gefecht genommen worden. Das habe ich jetzt gerade ein bisschen verpennt. Wahrscheinlich durch die gegnerische Selbstfallerfette, nehme ich mal an. Das habe ich jetzt leider ein bisschen verschlafen. Aber jetzt bin ich mal gespannt. Jetzt ist natürlich auch die Frage, wer, ja, wer wird aufgedeckt und wer nicht. Der Jagdtiger wird aus vom Leo 1 rausgenommen. Jetzt bin ich auf jeden Fall mal gespannt. Der WZ hier versucht jetzt zu scouten, während unser Hauptmann Ross hier ein paar Blindschüsse setzt. Vielleicht treffen die ja auch, man weiß es nicht. Zumindest war das hier gerade die letzte Position vom T28. Gefährlich wird auf jeden Fall jetzt der gegnerische Leopard, der wahrscheinlich auch nicht leicht aufzudecken ist. Der natürlich auch eine super genaue Gun hat. Zusätzlich muss man aber auch sagen, dass unser Hauptmann Ross sehr gut spielt, hat hier immer noch die volle Health. Und das ist auch sehr wichtig beim Leopard, dass man die lange behält, weil das ist auch der einzigste Puffer, den man hat. Nämlich die Health. So, und da sieht man auch, wie genau die Gun ist. Da reicht auch ein bisschen, nur vom Gegner zu sehen, kann man ihn treffen. Der T28 hier schon mal einmal eine schöne Breitseite gegeben. Und jetzt haltet der inne, so wie es aussieht. Mehr wird noch nicht aufgedeckt. Der WZ deckt auf jeden Fall noch nichts weiter hinauf. Momentan ist es auch sehr, sehr eng. Also momentan sieht es eigentlich auch besser für das gegnerische Team aus, weil die halt einfach noch zwei TDs haben. Und ein Medium. Allerdings, ja, ist noch nichts entschieden. Es steht 11 zu 12. Und das Match läuft noch. Unser Hauptmann Ross macht jetzt auch der Map alle Ehre und campt ein bisschen. Was aber allerdings auf jeden Fall richtig ist, hier mit dem Leo hier nicht nach vorne zu fahren und sich unnötig irgendwelche Treffer einzuhandeln. Ich bin auf jeden Fall mal gespannt, ob der WZ jetzt hier nochmal was für ihn aufdecken kann. So, der WZ soll auf die andere Seite fahren, schreibt der T110E5, was er dann jetzt auch anscheinend vorhat. Ich bin mal gespannt. Der Leopard 1 schaltet den M53, M55 aus. Also der Leopard 1 muss hier oben irgendwo sein. Anders kann es nicht sein. Sonst würde, ja, nicht die ganze Zeit irgendwas killen können, ohne dass der Leo aufgedeckt wird. Der T28 hat jetzt aber hier unseren Hauptmann Ross aufgedeckt. Deswegen muss er aufpassen, dass es nicht gleich... Der andere Leo kommt. Wunderschöner Treffer auf jeden Fall vom Hauptmann Ross. Da sieht man halt die Leo gar nicht sehr genau und das ist auch sein Riesenvorteil. Und hier kommt der andere Leo, der ein bisschen weniger Helf hat. Das heißt, wenn es zum Head-Up kommt, gewinnt auch normalerweise er mit dem Leo. 416 Schaden gemacht. 6000 Schaden schon mittlerweile insgesamt. Also richtig krass gute Runde. 5 Kills mittlerweile. Der WZ vollendet gegen den Leo 1. Jetzt haben sie da vorne den T28. Aufpassen muss er jetzt aber vor allem. Unser Hauptmann Ross, finde ich, vom Waffenträger auf Panzer 4. Von dem man immer noch nicht so genau weiß, wo er aktuell gerade steht. Vom T28 ist klar, der wird hier irgendwo sein. Der WZ wird ihn jetzt wahrscheinlich umrunden. Oder versucht es zumindest. So hat es zumindest den Anschein. Ich bin auf jeden Fall mal gespannt. Der T110 will das ein bisschen hier navigieren. Hat aber auch nicht Unrecht. Sie sollen jetzt den T28 zusammen töten. Was alles nicht so schlecht ist. Und hier wird jetzt der Waffenträger aufgedeckt. Allerdings wäre es jetzt besser, den T28 auszuschalten. Und das macht auch unser Hauptmann Ross. Der weiß auch, wie man spielt. Da muss ich da nicht klugscheißen oder so. Der weiß schon, was er da tut. Da kann man auch vollends von lernen. Vor allem alle Leute da draußen, die einen Leopard oder Leopard Prototyp fahren. Hier ist wohl das beste Lehrvideo, wie man so einen Leopard fährt. Vorsichtig. Genau, immer mit dem richtigen Abstand zum Gegner. Und jetzt kann er ihn auch hier schön umrunden, den Waffenträger. Jetzt kann er halt nicht sein, dass der Waffenträger rausfährt. Genau. Und jetzt macht er nochmal einen Schlenker. Der WZ kommt von hinten. Der spielt auch mit. Vielleicht könnte er jetzt auch nochmal einen Treffer setzen. Jetzt kriegt er leider vom Waffenträger nochmal eins ab. Der braucht aber deutlich länger zum Nachladen. Das heißt auf jeden Fall, dass unser Hauptmann nochmal eine setzen kann. Jawohl. Und der WZ hilft auch raus. Und somit kann er den ausschalten. Und macht den siebten Kill. 7.016 Schaden. GFV trifft zwar auch noch zum Glück nicht komplett. Unser WZ-Spieler schreibt jetzt auch gute Arbeit, Leopard. Kann man aber auch zurückgeben an den WZ, der ja auch eine gute Arbeit macht. Ja, und so macht das Ganze Spaß. Der T110 hat auch nicht abgeschaltet. Hat ein bisschen unterstützt, noch ein bisschen Kommandos gegeben. Manchmal, wenn man auch schon tot ist, macht es auch Sinn, weil man einfach einen kühleren Kopf hat wie die Akteure, die jetzt hier gerade fahren. Bei manchen pumpt ja das Herz und dann geht gar nichts mehr. Und deswegen ist es manchmal gar nicht so schlecht, wenn da draußen jemand steht. So, der Buddy Holly meldet sich auch nochmal und sagt, der WZ soll dem Leo den Kill lassen, damit er hier die Redlay Walters-Medaille noch einstreichen kann. Dann bin ich ja mal gespannt, ob er das auch noch schafft. Verdient wir es alle mal mit 7.000 Schaden. Und irgendwo müsste jetzt der WZ stehen. Und kabumm, und da ist er weg. Wunderbar, 8 Kills, Redlay Walters-Medaille. Herzlichen Glückwunsch an unseren Hauptmann Voss. Da ist auch die Runde fertig. Da gucken wir uns das Ganze auch gleich mal an. Hat hier den Leopard 1 gemeistert. Und da muss ich auch sagen, da muss ich hier meinen imaginären Hut ziehen. Ich habe ja den Leopard 1 schon sehr, sehr lange und ich habe schon viele gute Runde mit dem Leopard 1 gefahren. Aber gemeistert habe ich diesen verfluchten Panzer leider noch nie. Da muss man einfach, beim Leo muss man auch dazu sagen, man muss viel Kills machen, viel Schaden machen. Und das hat unser Hauptmann Voss gemacht. Und deswegen hat er hier auch gleich 4 Medaillen eingestreicht. Einmal, wie gesagt, die Redlay Walters-Medaille für 8 Kills oder mehr. Dann einmal den Großkaliber, den Krieger für 6 Kills oder mehr. Und dann natürlich noch den Panzersniper für irgendwie, wenn man über 300 Meter den meisten Schaden gemacht hat. Was ja mit dem Leopard 1 auch gut möglich ist. So, ja, man sieht auch hier, die Liste ist relativ lang, was er hier alles getroffen hat. Ich glaube, wenn er noch ein Panzer mehr getroffen hätte, hätte er sogar wahrscheinlich noch den Unterstützer bekommen. Den hat er aber nicht bekommen, den hat wahrscheinlich jemand anders bekommen. So, schauen wir das Ganze im Teamscore einfach mal an. Und dann sehen wir auch, verdient steht hier nicht unser Hauptmann Voss ganz oben. Wollte ich schon sagen, nein. Der WZ steht ganz oben. Und das sieht man auch mal, wie wichtig der WZ war. Der hat nämlich hier auch 3.377 Schaden gemacht. Als Tierachter hier ist richtig stark unterwegs mit 1.349 einfacher Erfahrung. Zwei Kills. Hat auch zwei Medaille gekriegt. Und ich kann das jetzt sehen. Ihr könnt es leider nicht sehen. Und einer davon war tatsächlich der Unterstützer. Und dann noch der Aufklärer hat er auch noch gekriegt. Und das ist auch, wieso er so viel Erfahrung hat. Er hat nämlich ganze 4.373 Erfahrungen, bzw. was heißt Erfahrungen, Schaden durch Aufklärung gemacht. Plus eben diese 3.377 selber Schaden gemacht. Das heißt, deswegen kriegt er auch so viel Erfahrung. Das ist auch viel wert. Das muss man auch ganz klar sagen. Und deswegen ist es auf jeden Fall richtig, richtig top. Unser Leopard 1 natürlich hier mit Hauptmanoers. Ach, Kills 7.451 Schaden. Naja, da kann man auch nicht nix dagegen sagen. 7.000, über 7.000 Schaden auf Tier 10. Das ist egal, mit welchen Tier 10, das ist top. Außer vielleicht mit einem Waffenträger. Da muss das mittlerweile, glaube ich, schon Standard sein. Nein, Spaß. Auch nicht. Aber trotzdem richtig gute Runde. Ja, im Gegnerteam, die möchten wir natürlich auch nicht verschmälern. Gab es da auch einen richtig starken Spieler? Ich möchte sagen, eher nicht. Eher alles normal. Gut, die Selbstfallaffäre, der mit 3.097 Schaden, ist jetzt auch nicht der schlechteste gewesen. Aber ansonsten ist da keiner so wirklich rausgestochen. Und somit denke ich mal, gerade der WZ und der Leopard 1 im Zusammenspiel haben das Ganze ganz schön verdient gemacht. Und ja, schauen wir das Ganze detailliert an. Unser Hauptmann-Woss hat 37 Schüsse abgegeben. 32 Mal hat er getroffen, dafür 29 Penetrationen. Hat, wie gesagt, 7.451 Schaden gemacht. Hat selber 3 Treffer erhalten, wovon leider auch alle 3 durchgegangen sind. Hat 1 Gegner nur aufgedeckt, dafür aber 14 Gegner beschädigt. Wie viele Gegner hat man nochmal in einem Match? 15, oder? Das heißt, er hat alle Gegner angeschossen bzw. beschädigt, außer einem. Das ist schon eine krasse Leistung, oder? Und ich muss sagen, dass Malinovka auch eine richtig gute Map für den Leopard 1 ist. Also ich habe auch schon viele gute Runden auf dieser Map gehabt, weil man einfach auf der Map viel besser die Stärken von dem Panzer 1 spielen kann. Die Maps sind ja auch im Allgemeinen bei World of Tanks viel zu klein für den Leopard, weil der Leopard wirklich mehr in die Richtung Sniper geht. Den muss man aus der dritten, vierten Reihe spielen und dann eben die Mobilität hat, schnell auch die Flanken zu wechseln. Im Nahkampf hat er einfach keine Chance, gerade auch gegen andere Mediums auf seiner Stufe hat er keine Chance, weil die alle schneller schießen, besser gepansert sind. Das ist das Problem. Der große Vorteil von Leo ist, wie gesagt, die Mobilität, schnell die Flanken zu wechseln, seine sehr genaue Gun und der Alpha-Schaden, den er macht, also den Schaden mit einem Schuss, für ein Medium auch sehr, sehr gut ist. Das zeichnet den Leopard 1 aus und wie gesagt, da gibt es wenig Maps, wo man das gut umsetzen kann. Wie gesagt, auf Malinovka kann man das ganz gut machen. So, wo war mehr gestehen geblieben? Ja, eben 14 Gegner beschädigt, 8 davon zerstört, hat 1475 Schaden durch Aufklärung gemacht, ist auch nicht schlecht und ist 4,19 Kilometer gefahren. Ja, er hat 93.931 Credits eingespielt durch die Munition, die natürlich viel gekostet hat. Ihr seht, schon 37 Schüsse ausgegeben, hat er 29.509 Credits Bonus gemacht. Erfahrung eingespielt hat er 1773 durch den ersten Schick des Tages, boah, Zungenbrecher, hat er 3546 Erfahrung eingespielt, somit das Ding auch verdient, gemeistert. Und das kann ich auch sagen, noch einmal, ich ziehe meinen Hut, geile Runde, hat Spaß gemacht, zuzuschauen. So, liebe Freunde, eigentlich wären wir jetzt am Ende, aber ich habe mir gedacht, nö, Leopard 1 kommt, da habe ich doch auch noch ein Replay. Und das schauen wir uns jetzt auch gleich an und ich möchte im Vorfeld jetzt auch gar nichts groß dazu irgendwie sagen. Das sage ich dann einfach gleich, wenn wir in der Runde sind. Bis gleich. So, ja, und da sind wir auch schon im Replay von meiner Person. Und ja, wie der Zufall so will, war der Hauptmann Voss bei uns auch hier mit im Zug. Mit dabei noch der Starkiller. Also ja, der Hauptmann Voss nicht ganz weit weg dann. Hier ist er allerdings mit dem 113 unterwegs und der Starkiller mit dem AMX 50B. Wie gesagt, ich mit dem Leopard 1. Ja, und diese Runde kann man jetzt nicht vergleichen mit der Runde gerade eben. Klar, so eine krasse Runde habe ich, wie schon gesagt, noch gar nicht hingekriegt. Ich habe den Pilser immer noch nicht gemeistert. Aber bei dem Match möchte ich einfach mal sagen, da geht es um etwas ganz anderes. Erstens ist es so, dass man ja, wenn man jetzt ein bisschen auf X4M achtet, also ich mache jetzt hier mal den Tab offen, oder ja, dann sieht man halt, die Gegner haben eigentlich, wenn man X4M nimmt, das bessere Team. Und wenn man jetzt auch gleich am Anfang drauf achtet, ihr seht schon, unsere ganzen Heavys und die ganzen, die fahren hier lang. Und bei Elalouf ist es eigentlich so, dass die meisten Heavys immer hier sind. Ja, und ihr könnt auch denken, wo die Gegner hinfahren werden, nämlich hier hin. Und das heißt, die werden die Seite relativ schnell überraschen. Überraschen? Also überraschen und überraschen, ja. Englisches Wort. Wie auch immer. Jedenfalls ist es so, ich werde natürlich mit dem Leo auch nicht darüber fahren, sondern ich werde natürlich auf der Seite bleiben. Und, ähm, ja, dazu möchte ich einfach nur sagen, oder was man in dem Match zeigen will, oder was ich damit zeigen will, ist einfach jetzt schon mal im Vorfeld. Man soll nicht immer gleich alles aufgeben. Also es wird so sein, dass wir deutlich schnell auf die Fresse bekommen von den Gegnern. Die Gegner sind auch stark. Aber lasst euch nicht immer von diesem X4M beeinflussen. Lasst euch auch nicht immer beeinflussen, wie es momentan da oben steht. Geht gut, momentan führen wir sogar. Aber, ähm, ja, manchmal ist es sogar ganz entscheidend, wie man am Schluss eines Matches agiert. Und, ja, wie gesagt, das schauen wir uns jetzt mal einfach gemeinsam an. Äh, wie wichtig es ist, am Schluss halt auch noch einen kühlen Kopf zu bewahren und vielleicht einen entscheidenden Schaden zu machen. Und vielleicht kann man dann ein Match auch noch rumreißen. So, jetzt haben wir hier den WZ. Ja, und da schieße ich knapp vorbei. Seht schon, ich habe nicht so eine ruhige Hand wie unser Hauptmann Woss. Ich mache die entscheidenden Kills nicht. Momentan auch nur ein Treffer bis jetzt gemacht, 382. Wurde jetzt auch schon zweimal aufgedeckt. Ja, und da sehen wir auch schon, der erste IS-7 taucht da schon auf, gefolgt von einem E-50M. Und, ja, da kommt nochmal was, ein E-75 kommt da. Und, ja, wie gesagt, es kommen die Fahnen jetzt durch und ich dachte schon gleich, scheiße. Jetzt sage ich, gut, ich muss ja auf die Seite irgendwie fahren. Muss da vielleicht, bis sie hier oben sind, geht es ja noch ein bisschen, ein bisschen Schaden verteilen. Gucken wir mal, was man so treffen kann. Da ist die andere E-7, da komme ich aber leider nicht durch. Äh, ja, E-7 immer ganz, ganz schwierig zu knacken, auch für den Leo, obwohl er einen sehr guten Durchschlag hat. So, da drüben sehen wir noch einen Conqueror. Und, ähm, WZ-120 kommt die auch noch hoch. Also, ihr merkt schon, ich stehe hier schon ziemlich gefährlich. Jetzt gucke ich mal, Conqueror in voller Fahrt getroffen. Er trifft mich nicht, Gott sei Dank. Ähm, das ist halt auch so ein Vorteil ein bisschen vom Leo. Der kann auch in voller Fahrt treffen. Und ihr seht schon, hier schlagt es überall ein. Ich bin aufgedeckt, muss ich aufpassen. Jetzt gucken wir mal, ob wir den 110 vielleicht treffen können da hinten. Ich bin wieder aufgedeckt. Also, verschwinde ich gleich wieder. Vielleicht jetzt noch die E-7 eine rein. Ne, klappt auch nicht. Also, ihr merkt schon, es läuft hier nicht so gut. Äh, Hauptmann WOS und Starkiller brechen hier hinten ein bisschen durch. Äh, das ist schon mal ganz gut. Aber trotzdem, wie gesagt, die Gegner. Es sieht stark danach aus, als ob die uns jetzt gleich hier überrennen werden. Aber, eben genau das, was ich euch zeigen will. Gerade mit dem Leo. Das ist so ein Panzer. Der muss nicht immer snipern, wie jetzt hier. Ich sniper nicht. Ich bin trotzdem in der dritten, der zweiten Reihe unterwegs. Ich kann aber immer gezielt so ein paar Schüsse setzen, ein paar Damage machen. Und halte die Gegner somit ein bisschen auf. Aber ihr seht schon, überall sind Gegner. Jetzt taucht hier noch eine Lorraine auf. Hier sind noch 110. Also, ja, alles da. Und es ist richtig gefährlich. Ihr merkt schon, ich kann auch nicht richtig Schaden machen. Jetzt ist da hinten noch ein Waffenträger, den ich treffen will. Dann treffe ich auch. Unterstütze jetzt einfach mal die Leute auf der anderen Seite. Weil ich schieße jetzt einfach auf den, auf den ich treffen noch kann. So, ja, den treffe ich nicht mehr. Jetzt muss ich aber schon wieder die Flanke wechseln. Ihr merkt schon, die rücken richtig vor. Das war jetzt auch richtig übel hier, die Situation. Aber jetzt seht schon, ich suche mit dem Leopard immer, ja, nach hinten zu gehen. Nicht nach vorne zu gehen. Das ist einfach der größte Fehler bei dem Panzer, meiner Meinung nach. Den irgendwie in die erste Reihe zu stellen. Deswegen gucke ich einfach, dass ich da irgendwie vielleicht was machen kann. Und ich muss auch ein großes Lob aussprechen an die Leute, die hier so verzweifelt versuchen, die Gegner hier aufzuhalten. Ihr seht, was für eine Übermacht das einfach ist. Trotzdem hier aber noch stehen und nicht abhauen, so wie ich. Allerdings, wie gesagt, muss ich das mit dem Leopard machen. Und ich werde es ihnen auch danken. Das werden wir gleich sehen. Die E7 ist nämlich beschäftigt. Da kann ich einmal zweitlich eine reinhauen. Jetzt ist da oben im Spot auch nochmal ein E7. Der zeigt aber auch die Seite. Alle beschäftigt mit unserem Heavy. Ich muss, komme leider nicht durch, verschwinde aber gleich wieder. Jetzt habe ich noch eine E75 hier im Rücken. Also ich muss echt aufpassen. So, jetzt komme ich bei der E7 in die untere Wanne durch. Ist auch der Weak-Spot von vorne. In die untere Wanne rein. Vielleicht nochmal. Jawohl. Muss nur aufpassen, dass der jetzt nicht gleich mich nochmal trifft. Er guckt schon in meine Richtung. Muss aber noch nachladen. Jetzt muss ich aber allerdings weg. Er dreht aber allerdings wieder. Also er versucht es gar nicht erst gegen mich zu fahren. Kann ihn nochmal treffen. Ja. Und jetzt kommt noch ein Löwe. Da muss ich ein bisschen aufpassen beim Löwe. Der hat eine relativ genaue Gun. Und ja, da trifft er mich auch schon. Wie gesagt. Muss aber deutlich länger nachladen wie ich. Deswegen weiß ich, ich kann jetzt nochmal einen Treffer setzen. Hier aufs Kettenglied versuche ich ihn auch gleich nochmal zu ketten. Hier haben wir die andere E7. Da gucke ich mal, ob ich die treffen kann. Unser Waffenträger fährt noch vor. Jetzt ist hier aber noch eine E75. Dann gehe ich halt auf die. Ich nehme immer das erste Ziel. Muss ich auch nicht weiter vorfahren. So, jetzt kommt die E7 noch um die Ecke. Da muss ich ein bisschen aufpassen. Jetzt kette ich erstmal die E75, dass die nicht weiter vorrusht. Und da hinten ist der Löwe, der einnimmt. Also wie gesagt, ich muss da so echt ein bisschen aufpassen. Der ist aber auch beschäftigt mit dem Waffenträger. Die möchten alle auf den Waffenträger gehen. Ich weiß nicht, warum die alle so geil auf dem Waffenträger sind. Mein, ja, mein Nachteil soll es nicht sein. Und kann jetzt hier ein bisschen aufräumen. Und ihr seht schon, es sieht alles nicht mehr so wild aus. Wir haben relativ gut aufgeräumt. Auch die anderen hier auf der Seite. Wie gesagt, manchmal ist es sogar besser, einfach ein bisschen abzuwarten. Ein bisschen sich zurückzuziehen. Manchmal ist halt eine Schlacht auf einer Seite verloren. Aber man kann halt auf einer anderen Seite dann noch mal was reißen. Und ihr seht schon, es steht nur noch die E75 hier. Und auf der gegnerischen Seite oder auf der anderen überliegenden Seite ist auch gut aufgeräumt worden. Und somit ist das Match, was am Anfang eigentlich relativ verloren aussah, doch ganz, ganz stark gekippt. Und, ja, so viel muss man auch dazu sagen. Kills habe ich bis jetzt noch keine gemacht. Aber ich bin auch hier so jemand, ich verteile lieber viel Schaden anstatt mache viel Kills. So, ja, hier haben wir jetzt schön mal gesehen, wie genau der Leogun ist. Einfach einen kleinen Wegspot von der E75 hat gereicht. Ja, und jetzt gibt es noch einen T110E3 und einen Congra, beziehungsweise jetzt nur noch den Congra, der steht hier drüben. Und den kann ich vielleicht treffen von hier, weil der fährt jetzt hier auch ein Stück zurück. Und bumm, dann nehme ich ihn weg, mache noch den zweiten Kill. Ja, das Match ist gewonnen. Ja, wie gesagt, in dem Replay ging es jetzt nicht darum, zu zeigen, wie toll ich jetzt hier gefahren bin, ist es auch nicht gewesen. Ich meine, da gehen deutlich bessere Runden. Ich habe auch auf der Festplatte noch Runden, die deutlich besser sind. Ihr seht es jetzt auch schon, es ist nur die zweite Klasse Medaille, es ist nicht die erste Klasse Medaille. Ich habe dennoch den Großkaliber geholt. Mir ging es jetzt eher darum, hier auch mal zu zeigen, dass man einerseits mit einem Leopard immer wichtig ist, rechtzeitig zurückzugehen. Andererseits aber halt auch eben, man soll sich und sein Team nicht immer abschreiben. Manchmal kann man halt doch nochmal ein bisschen was reißen, auch wenn X4M meint, die Gegner sind richtig, richtig toll. So, ja, schauen wir uns jetzt einfach direkt, würde ich sagen, im Teamscore an. Und da sehen wir auch, dass der Waffenträger verdiendermaßen ganz, ganz oben steht in der Erfahrung, hat auch 5 Kills gemacht, 5349 Schaden. Hat auch ziemlich viel Aufmerksamkeit auf sich gelenkt, das muss man mal sagen. Der stand unter einem viel größeren Druck wie ich. Ich konnte einfach schön, immer schön flankieren, das, was der Leopard auch sehr gut kann. Steht dann auch verdient, meiner Meinung nach an zweiter Stelle mit 1.018 Erfahrung, macht 2 Kills, macht auch den meisten Schaden im Match mit 6154. Ist, denke ich, auch ganz okay. Ja, also sieht eigentlich alles ganz gut aus. Bei den Gegnern hat keiner so richtig viel Schaden machen können, auch wenn das alles gute Spieler waren. Also es lief, denke ich, ganz, ganz gut dann am Ende noch. Und ja, das war es eigentlich auch schon. Detailliert gucken wir uns natürlich der Vollständigkeit Alba auch noch an. Ich selber habe 25 Schüsse abgegeben, 20 getroffen. Von den 20 sind auch alle durchgegangen, also die ich getroffen habe. Schaden 6154, selber drei Treffer halten, die sind auch alle drei durchgegangen. Vier Gegner habe ich gespottet, sieben beschädigt, zwei zerstört und 2,09 Kilometer gefahren. Credits habe ich 82.447 eingespielt. Mit den ganzen Abzügen mache ich am Gewinn am Schluss von 39.810 Credits. Erfahrungen waren es 1527 mit Premium plus nochmal Bonus, weil da irgendwie so eine Aktion ist. Wenn man zu den besten drei Spielern gehört, kriegt man ja nochmal mehr. Also komme ich dann am Schluss auf 1908 Erfahrungen und somit war das am Schluss eigentlich eine ganz, ganz coole Runde. So, ja, jetzt sind wir aber wirklich am Ende für die heutige Folge. Wie gesagt, zwei Leo-Replays. Einmal das schöne Replay vom Hauptmann Voss. Vielen Dank dafür nochmal. Und einmal halt dieses Replay habe ich jetzt einmal mal dazugehangen, weil ich einfach fand, auch in dem Moment, als ich die Runde gespielt habe, dass es doch eine sehr ansehnliche Runde ist, weil, wie gesagt, man so ein Match nicht vorab schreiben soll. Manchmal kann man doch nochmal ein bisschen was reißen. So, ja, das war es jetzt aber heute endgültig. Und dann sehen wir uns unter der Woche wieder beim Together. Und wenn alles normal läuft, ich verspreche es nicht, aber wenn alles normal läuft, seht ihr auch die Woche den ersten Part vom Event, von Tanks vs. Zombies, was wir gespielt haben, mit ganz, ganz vielen Leuten. An der Stelle kann ich auch nochmal sagen, vielen, vielen Dank an alle Teilnehmer. War echt geil, hat richtig Spaß gemacht und es macht echt Lust auf mehr Events. Und wir werden auch gucken, dass wir schnellstmöglich das nächste Event auf die Beine stellen. Also an dieser Stelle nochmal gedankt an euch alle. Und wie gesagt, wenn es klappt, kommt die Woche auch der erste Part von dem Event raus. Ich werde es in ein paar Parts aufteilen, ein, zwei, drei Parts, weiß noch nicht. Schauen wir mal. Und ansonsten kann ich nur sagen, sehen wir uns, hören wir uns am Samstag wieder beim nächsten Replay. Da kommt 100 Pro auch wieder was ganz, ganz Cooles zustande. Und ja, ansonsten kann ich nur sagen, haltet die Ohren steif. Bis dann, euer Ray. Ciao, ciao.